Hallo Freunde, heute fahren wir auf den Fernseh-Turm nach Düsseldorf mit meiner Schwester und Mutter. Und da kommt auch schon der Zug. Wir sind jetzt hier in Düsseldorf. Wir stehen direkt neben den Rhein und hinter mir ist direkt der Fernseh-Turm und es ist 240 Meter hoch und die Plattform, wo wir drauf gehen, ist die 67. Etage. Wir stehen neben den Fernseh-Turm und wir fahren gleich da drauf und haben einen guten Ausblick über Düsseldorf. Nicole, guck, hier sind zwei Fahrstühle. Wir können ein Bett dran machen. Wer erst da oben ist. Ja, super. Ich mache mit. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh, dieser Fahrstuhl ist voll lahm wie eine lahmische Necke. Vielleicht ist Erik noch lahmer als ich. So schnell, mein Kopf brennt gleich. Ah, was soll ich noch tun? Und ich schwitze voll. Sorry. Jetzt sch senator, ich schaue. Ja, ich schaue. Wow. Wow. Woohoo. Wow. 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 Ja haaa! Oh oh oh! Ja haaa! Ye hee! Oh ja, ein Flugzeug! Ye haaa! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Yippee! Yahoo! Ya haoo! Ja, ich fliege! Yippie! Juhu! Oh, das war sehr lang wie eine lange Schnecke. Jetzt bist du verrückt geworden, das war ja richtig schnell. So schnell wie ein Rennerauto, ich fahre gleich um. Opa! Eine Stunde später. Guck mal, was da für Schließe heute stehen. Guck mal, was da für Schließe heute ist. Guck mal, was da für Schließe heute ist. Guck mal, was da für Schließe heute ist. Tschüßi, bis zum nächsten Video! Guck! Wil Event Bis zum nächsten Mal.